Ich brauche moralische Unterstützung. Äh, näh. Drei Steps. Mist. Nur angehitzt. Das ist jedenfalls nicht runtergefallen. Weggelaufen. Oder? Weggelaufen. Liegt der da an der Äcker? Weggelaufen. 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 wo ist eine stelle ist einmal gerannt ich glaube es waren spieler ich glaube es war sehr gut Das war's. Das war's. So, kurz auf der Schlauchpause. Da war also doch ein Skeft, der ja hin und her gerammelt ist. Das ist wie von einer Paranel gestochen. Ich brauche Ersatzmunition. Nee, macht man nicht. Das war's. 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 Oh. Das war's. Oh. Meine Freunde sind da. Wo anders kann nicht sein, dass da drüben einer geschrien hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hätte mal meine Schlüssel mitbringen können. Das ist sehr schön. 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 Ich muss leider wieder los. Bis später und viel Spaß noch. Ich danke dir. Danke, mein Bester. Viel Spaß dir auch noch. Schönen Abend. Und danke fürs Dabeisein. Die vielleicht besser ist, man weiß es nicht. Das ist sehr schön. 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 Ich würde mich. Ich würde mich an. Ich würde mich an. Ich hätte einen pushen müssen. Ich hätte einen pushen müssen. Da habe ich den Sniper doch getroffen. Warum standen dann immer noch 22 und 25? Na ja. Dann habe ich zwei erschossen. Ach komm. Hör auf. Hauptsache geschafft. Lucon.